Musik Vielleicht kennst du den Spruch, Kinder wie die Zeit vergeht, sagte der Großvater, als er auf den Ventilator schaute. Dieser schale Scherz spielt darauf an, dass der Großvater ein Empfinden hatte, dass die Zeit so schnell vergeht, wie ein Ventilator sich dreht. Wissenschaftler haben herausgefunden, warum das übrigens so ist, dass man mit zunehmendem Alter das Empfinden hat, dass die Zeit immer schneller läuft. Und zwar, ein Kind entdeckt seine Umwelt. Alles ist neu. Alles muss erforscht, entdeckt werden. Der ganze Tag ist vollgestopft mit neuen Entdeckungen, mit neuen Dingen, die verstanden werden müssen, ergriffen werden müssen. Und so ist ein Tag mit einer Fülle von Entdeckungen und Erlebnissen prall gefüllt. Mit zunehmendem Alter kennen wir die Dinge. Wir wissen Bescheid. Wir wissen, wie die Sachen laufen. Und je älter wir werden, desto abgeklärter werden wir. Es gibt ganz wenig noch neu zu entdecken. Und deshalb kommt es uns so vor, als ob die Zeit schneller vergeht. Sie ist sozusagen nicht mit neuen Entdeckungen gefüllt. Ein Kind beispielsweise klagt häufig darüber, dass ihm langweilig ist, genau aus dem Grund, weil nicht genug Neues zu entdecken ist. Es will etwas entdecken, es will etwas erleben. Vielleicht steckst du auch in der Situation, dass du sagst, meine Zeit läuft immer schneller dahin. Dann möchte ich dir eigentlich ein ernstes Wort zu sprechen. Du hast vielleicht 20, 30, 40 Jahre noch hier in deinem Leben zu leben. Nutz die Zeit. Nutze die Zeit, die der Herr dir gegeben hat. Das Leben ist schnell vorbei. Und je älter du wirst, desto mehr wirst du merken, dass es einem wie aus den Händen zerrinnt. Nutz dieses Leben, das der Herr dir gegeben hat, um das zu tun, von dem du weißt, dass er es getan haben möchte. Lass nicht zu, dass die Umstände oder das Tagesgeschäft oder irgendwelcher Kleinkram dir das Leben raubt. Unzählige Menschen haben am Ende ihres Lebens zurückgeblickt und haben gesagt, ich habe mein Leben vergeudet. Das soll nicht für dich gelten. Das soll nicht für dich gelten. Du musst eine Ewigkeitsperspektive in deinem Leben haben. Du musst dir bewusst sein, dass der Herr durch dich etwas tun will. Und dass dieses Leben nur ein kleiner Auftakt ist für die Ewigkeit bei ihm. Die Bibel ist absolut unmissverständlich in diesem Punkt. Tue mir kund, Herr, mein Ende, und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht, und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher. Nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Lass nicht zu, dass du irgendwas aufhäufst. Für nichts. Lass nicht zu, dass dein Leben in einem Lärmen für irgendwas vergeht. Schau auf den Herrn. Mach mal Inventur in deinem Leben. Sag, was ist wirklich lebenswert? Was ist wirklich etwas, wo ich dem Herrn hinterhergehe? Es ist an der Zeit, wirklich zu sagen, ich habe mein Leben nicht vom Herrn bekommen, um es zu vergeuden für irgendwelche Kleinigkeiten. Ich investiere es wirklich für das, was Ewigkeitswert hat, was Ewigkeitsbestand hat. In dem Sinne glaube ich, dass der Herr wirklich in den dir noch verbliebenen Jahren etwas Wirkliches mit dir vorhat. Dass er dich vorwärts bringen will. Dass er dich in den Dienst setzen will, um für andere Menschen ein Segen zu werden. Ich glaube, Gott hat mehr für dich. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.